Ich bin ein Bazaar. Das ist der Wochenrückblick. Zu diesem Bazaar kommen wir gleich. Als allererstes wollte ich euch mal sagen, dass ich manchmal richtig doof bin. Diese Woche habe ich zum ersten Mal, beziehungsweise zum ersten Mal bei einem Projekt, meinen neuen Mirka Deos. Das ist so ein Rutschschleifer, würde ich sagen, der halt diese dreieckige Form hat benutzt. Und ich war relativ begeistert und bin dann ziemlich auf die Schnauze gefallen, weil ich irgendwie gar kein Schleifpapier dafür habe. Naja, das könnt ihr euch wahrscheinlich kaum vorstellen, weil ja mein ganzer grüner Schrank voll ist mit Schleifpapier. Aber logischerweise nicht mit dem dreieckigen Scheiße. Das nur so als kleine Erinnerung, weil mir sowas eigentlich ewig nicht mehr passiert ist, dass ich kein Schleifpapier mehr hatte. Jetzt ist es mir wieder passiert und ich habe wieder gemerkt... Die Tür knackt. Ich habe wieder gemerkt, wie doof das ist, wenn das passiert. Und ja, das nur als kleine Erinnerung für euch. A, dass das ein cooles Schleifgerät ist, wo man offensichtlich die Anleitung nicht lesen muss, weil ich das ja grundsätzlich nicht tue. Und B, dass es natürlich immer ärgerlich ist, wenn man kein Schleifpapier hat. Was ist diese Woche passiert? Ich habe diese Woche einen Rahmen einer Liege, einer Liege X, repariert. Und da blende ich euch jetzt nebenbei mal ein paar Storys von Instagram ein. Das war jetzt kein riesengroßes, tolles Megaprojekt, aber es war einfach nötig. Der Rahmen ist kurioserweise aus dem schlechtesten Scheiß ever gefertigt worden. Und ich hole euch mal eben nebenbei, während ihr euch hoffentlich Bilder davon anguckt, das, was ich gebaut habe... So, hier. Man sieht es wahrscheinlich nicht ganz. Ich kann ihn ja mal drehen. Uah! Das ist nicht der größte Bilderrahmen der Welt, sondern es ist jetzt dieser Rahmen, den ich erneuert habe. Der muss noch geschliffen und leider Gottes auch noch gebeizt werden. Aber das sollte dann doch wesentlich robuster sein, als dieses Pappding, was da vorher verbaut war. Das ist jetzt richtig schön, super heftig, massive Eiche. Und diese massive Eiche bringe ich jetzt wieder weg, weil sie steht sonst die ganze Zeit im Bild. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dem fast wichtigsten Thema diese Woche. Letzte Woche habe ich ja meine Meisterstücke wieder abgeholt. Das heißt, ich blende euch jetzt mit cooler Musik eine Montage von Fotos meiner Meisterstücke ein. Wartet noch ein bisschen. Wir machen auch noch ein Video darüber. Aber jetzt gibt es erst mal eine Fotomontage. Aus. So, das waren schon genug Bilder von meinen Meisterstücken. Und tolle Musik. Ich denke, ihr wusstet alle nicht, wie extrem musikalisch ich bin. Uh, und freut euch schon auf den Wochenrückblick. Nächste Woche, Thema musikalisch, aber dazu werde ich noch nicht so viel verraten. Wartet ab. Jetzt kommen wir zu etwas, für das ich mich fast schon schäme. Ich habe mir ja letztens eine Schublade für meine Werkbank gebaut. Das Video verlinke ich euch hier. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, die ist schon voll. Und hier hinter mir seht ihr den ersten Entwurf meines Werkzeugschrankes, den wir bauen werden. Das wird eine längere Geschichte, weil die doch sehr, das soll doch schon richtig aufwendig werden. Und die grundsätzliche Form weiß ich jetzt schon. Also ich weiß, wie er aussehen soll. So nehme ich auf jeden Fall nicht. Aber jetzt seid ihr gefragt. Das alles, was hier auf dem Tisch liegt, muss da irgendwie rein. Also ziemlich viele Stecheisen. Sieben, vielleicht auch zehn Hobel. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich glaube, das sind so ziemlich erst mal alle, die ich so regelmäßig benutze. Ich sage ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schäme ich mich fast schon. Es müssen mindestens diese drei Hämmer untergebracht werden. Zwei bis sechs Japan-Sägen. Bitte fragt mich, warum. Und für all diese Sachen brauche ich verschiedenste Halterungen. Und ich gebe euch mal ganz grob die Maße des Schrankes. Die wird wahrscheinlich so 1,20 bis 1,40 breit sein. Und gute 80 Zentimeter hoch. Und unabhängig von diesen Maßen müsstet ihr, wenn ihr wollt, mir vielleicht mal helfen, zu sagen, hey, pass auf, Stecheisen kann man zum Beispiel super gut so und so lagern. Oder Hobel habe ich bei mir so und so gelagert. Da bin ich echt gespannt. Vielleicht könnt ihr mir helfen, mir Skizzen schicken. Vielleicht habt ihr auch ein Foto. Und natürlich soll derjenige, der mir hilft, reich belohnt werden mit Das verrate ich noch nicht. Ha, dann ist nämlich die Freude entweder größer oder kleiner. Keine Ahnung. Am Ende geht es mir eigentlich darum, ich brauche coole Ideen und ich weiß, wir sind in der Community dann doch ein paar mehr Leute, die gute Ideen haben. Und eine Sache sei gesagt, ich weiß, ich habe es schon oft gehört, haltet euch alle die Ohren zu, kein French-Klid. Nein. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Nein. Gar nicht. Also auch vielleicht, vielleicht, um den Schrank an die Wand zu bekommen, mit einem Klieb, aber sonst nicht. Die Sachen können in dem Schrank richtig, richtig fest verbaut sein, die Halterungen. Wenn ihr Ideen habt, schickt sie mir bitte, das wäre echt cool. Ich weiß es nämlich noch nicht so ganz. Ich hänge auch so ein bisschen in der Planung von dem Schrank an sich fest und komme deswegen nicht so richtig dazu, mir zu überlegen, wie diese eine Milliarde Sachen da reinpassen sollen. Und dann noch eine Antwort auf eine Frage, die ich bekommen hatte. Bei Instagram hatte ich schon gesagt, dass ich meinen zweiten, zweiten, bzw. dritten Satz Stecheisen in den Werkzeugschrank bringen muss. Hier einmal die öffentliche Antwort, was mein zweiter und dritter Satz ist. Mein zweiter Satz besteht aus eigentlich ausschließlich handgeschmiedeten japanischen Eisen, die teilweise neu, teilweise alt sind. Die alten kennt ihr, glaube ich, auch schon. Zumindestens manche davon. Und der zweite volle Satz, den ich nutze, ist dieser hier. Den habt ihr bei mir noch nie gesehen. Ihr werdet ihn aber ab jetzt öfter sehen, weil ich einfach einen Schnitt mache in dem, wie ich arbeite. Und zwar ist es so, dass ich für die etwas gröberen Sachen diesen Satz von Narex benutze und für die feinen Sachen nach wie vor meinen japanischen Eisen. Da freuen die sich. Genauso ist es mit den ganzen Hobeln. Da ist es einfach viel. Ich könnte sie euch jetzt alle zeigen, aber ich glaube, wenn ich die alle noch erkläre und mich darin weiter verliebe, dann sitzen wir hier in zwei Jahren noch und sind immer noch nur bei diesem Kombi-Winkel angekommen. Das war es also schon. Bitte, bitte, bitte helft mir mit coolen Ideen. Wie gesagt, der Schrank wird dann ein relativ großes Projekt, wo wir mal so richtig auf die Kacke hauen, auf gut Deutsch gesagt, was Verbindungen angeht und haltet euch fest, schneidet euch auf jeden Fall schon mal an. Die Sachen, die ich bis jetzt geplant habe, sind sehr cool. Ja, das war es schon für diese Woche. Viel ist nicht passiert, weil ich natürlich nach meinem Meister in ein emotionales Loch gefallen bin, aus dem ich kaum rauskomme und ich muss mich erst mal erholen. Also auf gut Deutsch gesagt, ich nutze die Zeit und sitze im Garten wie so ein Rentner rum und freue mich meines Lebens. So, jetzt habe ich es laut gesagt, ihr wisst es. Das war es für heute. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder mit einem Projekt, wo ihr euch auch schon anschnallen solltet, denn da wird es richtig cool. Wir haben nämlich endlich wieder Zeit für coole Projekte und das freut mich sehr. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich so viel Werkzeug habe. Jetzt halte ich die Schnause und gehe nach Hause. Halt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe ein Geschenk bekommen zu meinem Meister und zwar von meiner reizenden Frau. und zwar dieses wunderschöne Maßband. Finde ich richtig, richtig cool. Ich nutze Maßbänder jetzt relativ viel, weil das mit meinen Augen einfach besser funktioniert. Ich habe relativ schlechte Augen. Aber dazu machen wir irgendwann nochmal ein Video, wie man mit schlechten Augen trotzdem gut misst. Aber nicht jetzt, denn wie ich schon sagte, halte ich die Schnause und gehe nach Hause. So, tschüss. Tschüss. Ah.